Aus, 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 Poliz, 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 aus, aus! Abbruch, Abbruch, aus! Der kann auch 25,4 Liter verbrauchen! So, Servus, Freunde! Herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal! Wir drehen heute eine Assi-Runde durch Frankfurt. Dazu müssen wir aber auch erstmal warten, bis mein Motor hier warm wird. Ja, das heißt, wir sind gerade bei ungefähr 70 Grad, wir brauchen 90 Grad. Und dann darf ich ihm erst geben. Falls ihr mehr so Assi-Runde in euren Städten wollt, dann schreibt es in die Kommentare, in welcher Stadt. Und vielleicht auch spontan komme ich da mal vorbei und drehe dann mein Video eben dort. Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Gib mir mal einen Soundcheck, jetzt ist der Motor warm. Alla geil, Digga! Ey, das ist geil, ja! Ey, das macht so Spaß, ne! Du hast einen Blitze, ich wurde nicht gewandt, warum? Jetzt, äh... Das ist gewandt! Ey! Buh! Boah, das ist so schön, Alter! Boah, geil, Alter! Ohne dem Ding würde ich hier niemals eine Assi-Runde drehen! Würde ich niemals machen! Buh! Ey, Bro! Wenn sie mich anhalten, ich bin so gepickt, Alter! Egal, Digga! Das Video geht alles! Um ein Slap zu machen, okay? Du musst einfach nur noch ein Mal nach unten ziehen. Dann bist du ein D. Ja, da ausfallen? Oh, jetzt hier! Haha, am Morgen! Oh mein Gott, ich komme hier drauf klar, Digga! Aber das ist so geil! Es macht so Spaß, den zu fahren, Bro! Ey, Freunde, wo in Frankfurt geht eigentlich was? Wo ist immer so eure Straße? Zum Beispiel, wenn in München die Leopoldstraße so... Die Straße, wo jeder so flext. Wo flext man hier in Frankfurt so eigentlich? Okay! Schau, wir hatten 480 Restkilometer, jetzt haben wir doch 400! Ja, 420 hatten wir! Haha, ich wollte ein bisschen trüppeln! Links! Bro, diese Navi Epic CarPlay, die ist ekelhaft! Bro, ich hasse Epic CarPlay! Jetzt machen wir mal die Fenster auf! Da habt ihr wenigstens ein bisschen Frischello von Frankfurt am Main, oder? Was ist das, Digga? Ja, ich krieg schon Paranoia hier, Bro! Ja, aber das ist, glaube ich, hier nicht so wild wie bei uns in Bayern, oder? Mit den Autos? Nein, null! Null, gell? Hier geht gar nichts! Weil, Bro, letztens einfach die... Wir standen letztens einfach an der Ampel, da waren da einfach so... Ich weiß nicht warum, hat einfach ganz Kroatien hier gefeiert. Auf einmal sehe ich rechts, links, jeder hängt mit Fahne hier raus, sitzen auf dem Ding hier. Neben Polizei, Bro, die machen einfach gar nichts! Wer ist in Deutschland? Wer ist in Augsburg? Was ist da passiert? Ich muss schon mittlerweile zu Augsburg Deutschland sagen, Alter. Weil es ein eigenes Land ist, Alter! Ich hab grad wieder auf D ganz kurz... Wir sind so BMWs und die teuren mich grad nicht so an. Ich weiß nicht, was wie jetzt hier aussehen. Bei uns weiß man ja gut, 80% BMW, so ZW5 und so. Hier kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gibt bestimmt auch Rupel Corsa. Bei uns sogar zur Zeit sogar Skoda VW. Oh, das ist ein Tunnel, Digga! Oh, das ist ein Tunnel, Digga! Da war ich doch, hab ich noch Gas gegeben letztens! Gibt's hier Blitze, glaubt ihr mir? Nein, nein! Oh, Digga, wie geil lang! Oh, Digga, wie geil lang! Oh, Digga! Oh, Digga, wie geil lang! Oh, Digga! Oh, Digga, wie geil lang! 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 Boah, ich würde fast so behindert mit dem Autofahren, Bro! Ich würde fast genau so viel Scheiße bauen, ich würde sogar noch mehr machen an dem Wagen! Oh, Digga! Oh, Digga, wie geil lang! Reifen drehen durch! Hast du gehört? Ja! Geil, wie geil! Ich riech sogar! Oh! Ey, das macht so Spaß, man. So, schauen wir hier. Nein, nicht fast. Genau in diesem Moment ist ein Auto gekommen. Wenn der Turbo ein bisschen überlastet ist, dass er dann nicht knallt. Weil beim M8, Bro, war das so, wenn du auch kurz angetippt hast, hast du auch so tack, 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 tack gemacht. Wenn du dann manchmal so Gas geben hast, hat der dann irgendwann nicht mehr geknallt. Und dann musstest du so kurz eine Minute warten, bis er abgekühlt worden ist. Hey, warte, warum ist der P an, Digga? Willst du parken oder was? Achso, nein, nein, das ist, weil du von der Bremse weg bist, wenn das Auto dich anfährt. Die linke Spur. Die links. Einfach kopfnussgegeben. Er ist so gerade verrückt. Ey, was ist los hier, Alter? Das sind die eigenen Stadtmenschen, die sich da hier... Schau, wie die schauen. Die sind voll in Schocken, Bro. Ey, die dachten, du schießt da rein. Die so... Nein, ich würde auch denken, was geht jetzt. Der M2 in der Türkei, wir sind auch so gerne eine Bushaltstelle durchgefahren. Er hat den einmal knallen lassen, auf einmal tack, 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 tack. Die so so. Die haben so Deckung gehalten. Aber das wird noch lauter. Diese Woche sollte die Abgasanlage da sein. Was ist das für eine Abgasanlage? Äh, Ego X Klappe. Kannst du per Knopfdruck einschneiden? Mit Fernbedienung habe ich es dann. Ah, aber das ist doch todesgefährlich. Ding, verboten oder was? Ja, das ist todesverboten. Hast du keine Angst, Bro, dass sie dich so mal ficken, Digga? Ich mache es ja dann legal. Wie, du machst es dann legal? Dann ist Klappe legal. Also, wenn du jetzt zum Beispiel mit diesem Mode-Knopf... Klappe ist ja im Stand immer zu. Bei 80 kmh geht die Klappe auf. Das ist erlaubt in Deutschland. Die darf aber nicht dauerhaft offen sein. In der Stadt darfst du zum Beispiel gar nicht offen sein, habe ich mal mitbekommen. Ja, okay, aber O-P-A statt. Wow. War gut zu wissen. Dort brauchen wir eine Stadt, gleich schnell. Da musst du rein. Und auf jeden Fall eine Menge Spaß, meine Damen und Herren. Verbrauch ist gerade auf. 25, 24 Liter. Der kann auch 25,4 Liter verbrauchen. Ich glaube, nein. Bro, niemals. Ab Start ist immer 40 Liter und es geht halt immer runter. So assi bin ich jetzt auch nicht viel Spaß. Pass auf, hier ist Polizeistation. Hier ist auch Zeile irgendwo oder so, habe ich das Gefühl. Sein Auto ist so tief, hier wird einfach die Frontlippe angehauen. Du kannst mit dem Auto nirgendwo so hochfahren, weil es einfach zu tief ist. Ich würde sagen, wir hören uns das Ganze nochmal kurz von außen an. Oder geht das auch parken, Bro? Ja. Es geht auch parken. Aus, 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 aus. Police, 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 aus, aus. Bruder. Bruder. Vorbeigefahren. Bro, warum hast du das gerade nicht gesehen? Ja, komm, steck dir aus dem Auto, schnell. Hey, 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 hey. Steck aus. Boah. Ich sehe, die Polizei ist da hinten. Schalzi, die Polizei ist da, fuck. Ich habe mich zu euch vorgerannt, Bro, police, police. Lieber, kurz Auto einmal ausmachen, bevor die Polizei mich vertreten hat. Bro, die Brüder sind hier vorbei. Bro, die waren da jetzt noch ballern lassen. Die haben es zum Glück nicht gehört, Digga. Freunde, wir gehen jetzt kurz was essen, nehmen wir euch danach auf jeden Fall wieder mit. Bis dann. Bro, Freunde, gebt euch mal. Wir waren kurz in der Stadt und ich wollte meine Acker-Ronderschänge drehen. Bro, hier regt mich zu heftig. Hier bringt mir mal einen Regenschirm was. Jetzt muss ich hier warten. Abbruch, Digga, Abbruch. Hey, Abbruch, Wallah, Pilla, Digga. Er legt Abbruch, Digga. Abbruch. Ah. Abbruch, Abbruch. Au. Ey, was ist das, Alter? Was ist das, Achtermann? Abbruch. Wir wollten noch die Acker-Ronde zu Ende drehen, aber das Ding ist, wegen dem Regen war auf der Straße so viel los. Dann hat es einfach nicht gelohnt, noch irgendwie das Weiße zu drehen, weil es zu voll war. Wir fahren jetzt wieder Richtung Augsburg, Richtung München. Das war es jetzt auch mit dem Video. Falls euch dieses Video hier gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, meine lieben Damen und Herren. Ansonsten abonniert den Kanal. Ja, die Charles war auch gescheitert. Sorry, dases bisschen wie es gerade choose. Wares auf bar. Oh... Wie ist es. Buhh. Oh, wie ist es? Так Logic.